Ich kann es nicht vertragen, wenn die Bilder nicht stimmen. Welchen Bildausschnitt ich von was wähle, ist bereits die Aussage. Die Situation in Wien, so wie ich es erlebt habe, kann mich erinnern, und habe gefragt, wie das so ist mit einer Ausstellung. Und er hat damals gesagt, es soll doch erst mal 40 werden, und dann kann man darüber reden. Dann gab es Galerien, die gesagt haben, wir stellen doch keine Frauen aus. Wir bedauern, steht da. Jetzt gehe ich noch weiter, jetzt ist es ganz abstrakt. In einer Biografie, wenn man über die eigene Biografie nachdenkt, dann weiß man, wie viel Vergangenheit in der Gegenwart ist, wie man sich damit auseinandersetzen muss, um mein eigenes Verständnis von Frau überhaupt klar zu bekommen. Abها ist das in der Innenstadt. Okay.